Hi Leute und ein herzliches Willkommen zurück, aber auf meinem kleinen, aber feinen Kanal. Ich hoffe, euch geht's einem gut und Grinding Gear hat uns das erste Balance Manifesto, wo sie angekündigt haben, geliefert. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal zusammen an. Sorry, dass in letzter Zeit nicht viel kam, aber wenn Grinding Gear nicht liefert, sehe ich jetzt auch keinen Grund weiter, auf sie einzuhacken. Und ich werde euch natürlich auch wieder das Englische zuerst vorlesen, da vieles bei der Übersetzung verloren geht im Wording. Zum Beispiel hier unten ist ein ganz schöner Satz, dass für uns das Ganze eine Last ist, was im Deutschen natürlich sich wieder schöner anliest als im Englischen, obwohl es so gemeint ist. Also schauen wir doch mal rein. 3.20 Balance Manifesto, Chubules and the Ailment Mitigation. In our upcoming 3.20 Expansion, we are making a number of balance changes that will present over several balance manifestos that each cover an individual topic. In today's Manifesto, we are discussing changes to Chubules, most notably increasing their potential for ailment mitigation. Also, dieses Mal geht's den Juwelen an den Kragen, was uns jetzt erstmal, was sich erstmal gut liest. Sie wollen das irgendwie buffen, sie wollen es mehr stärken. Ja, ob das Ganze klappt, sehen wir gleich. Es kommen dann natürlich auch noch andere Manifestos, das ist jetzt erstmal das erste in der ganzen Reihe. Das Problem, das Grinding Gear sieht. Chubules have modifiers that provide various forms of ailment avoidance or protection. However, because the current values are moderately low, you often need to stack several Chubules in order to have adequate levels of protection. We feel this is an excessive amount of investment for how necessary ailment mitigation is to a character's build. The issue has been exacerbated by some of the mods being gated behind corruption, making them more expensive and difficult to acquire. Also, Grinding Gear sieht das Problem, dass wir schwer an ailment mitigation rankommen, sehe ich jetzt irgendwie nicht so. Das ist wieder ein Problem, wo geschaffen wird, wo eigentlich nicht da ist, in meinen Augen. Und sie wollen halt dafür sorgen, dass man leichter rankommt über Juwelen. Ja, ich sehe andere Dinge auf Juwelen, die man da drauf rollen könnte, die nützlicher sind. Aber wir kommen da gleich drauf ein, warum ich das nicht so gut finde. So, und hier ist schon mal das erste Problem. Beim ersten Durchlesen von den Balance Manifests zu hier, habe ich mir gedacht, okay, das liest sich alles gut. Beim zweiten Mal habe ich mir gedacht, Moment, wenn ich jetzt noch zusätzliche Modifier auf Juwelen klatsche, ist es doch unwahrscheinlicher, dass ich die Modifier, die ich brauche, bekomme. Jeder kennt das Problem, wenn er ein Crit-Build spielt, er braucht Crit-Juwelen. Und die sind teilweise teuer, weil sie sind nicht unbedingt gleich zu bekommen, wie man sie meistens braucht. Und jetzt wirft Grinding Gear noch mehrere Modifier in den Pool und sagt uns, ja, es kostet jetzt weniger Element-Modifier auf seine Juwelen zu bekommen. Im Gegenzug wird es schwerer, andere Modifier auf die Juwelen zu bekommen, so wie sich das Ganze hier liest. Weil zusätzlich werden die Werte auch noch angehoben, also der Weight-Modifier. Also es ist halt wahrscheinlicher, dass man jetzt Element-Modifier bekommt. Okay, Grinding Gear, was ich auch sehr fragwürdig finde, ist dieses Wort hier. Reduced Duration. Mhm. Reduced Duration. Jeder kennt das Problem, er steht in der Gegnergruppe, er hat keine Ailment-Mitigation, also keine Immunity, dann ist er halt einfach manchmal RIP, weil es halt einfach nicht hinhaut. Und das meistens sehr schnell. Die Reduced Duration. Weiß nicht. Wenn es jetzt von 5 Sekunden Duration auf 2 runter geht, bist du halt trotzdem tot, wenn du normalerweise in einer Sekunde tot bist. Das ist fragwürdig, weil du willst in PoE immer eine Immunity haben. Du willst immer was 100%iges, wo dich absichert, um zu überleben. Das wird es, glaube ich, nicht tun. Summary. This means that Juwets should be more reliable and less expensive source of ailment mitigation through the high mod values and better variety of mods. Grinding Gear will uns das Ganze jetzt als Buffer kaufen, was es natürlich nicht ist. Und ich befürchte, dass wenn uns auf die Juwelen plötzlich so viel Mitigation kommt, dass das Ganze irgendwo entfernt wird. Dass entweder unsere Purity of Elements generft wird oder dass uns irgendwas aus den Pantheons genommen wird, um bestimmte Effekte zu verhindern. Das liest sich sehr fragwürdig, was hier gerade passiert. Und dass jetzt höhere Mod Values von den Modifyern, von den Mitigation drauf sind, wird uns natürlich auch als Buff verkauft, obwohl es eigentlich ein Nerf overall ist. Weil es jetzt schwerer wird, an andere Juwelen ranzukommen. Ich weiß nicht, Grinding Gear, ihr fangt schon wieder sehr fragwürdig an hier. Aber es wäre nicht Grinding Gear, wenn sie nicht noch ein Problem finden. Many unique Juwels are not exciting to find. There are few reasons for this. In most cases, they are simply underpowered or applied to a too narrow window of usage or both. There are also many corruption-only Juwels that don't fulfill a good purpose. Also, es gibt viele unique Juwelen, die nicht sonderlich aufregend sind zu finden. Und es gibt mehrere Gründe. Sie haben keine Power und keine Ahnung, sie haben halt kleinen Nutzen. Oder beides. Und das sind viele corruption-only Juwels, die keinen guten Grund haben zu benutzen. Grinding Gear. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt größere Probleme als ein neues Problem zu schaffen mit Juwelen. Aber ihr werdet gleich sehen, warum das ein neues Problem wird. Previously, we were hesitant to revisit unique Juwels and improve them beyond their initial designs, because many of their teams are somewhat wicked in nature, meaning there is a little room to improve them, without completely remaking them. Ich lese ja auch gleich den nächsten Satz vor, weil das ist interessant, was das gehört jetzt alles zusammen. An example of this is the Firebound Crimson Juwel. It has no values that we would increase to make it more useful. It simply changes the damage type within a radius, which has very limited opportunities. for use. Any improvements we could make to this Juwel would have to fundamentally change its identity and would therefore essentially remove the Juwel in its current form from Path of Exile. Und hier wird ja schon eingeleitet, was passiert. Es macht für Grinding Gear wenig Sinn, einige unique Juwels besser zu machen, sie zu buffen. Und es macht auch wenig Sinn, die komplett zu remaken. Auch ein sehr interessanter Satz. Und hier unten nehmen sie das Firebound Crimson Juwel. Es ist eigentlich, na keine Ahnung, es hat halt Nischen-Nutzen und wird halt so gut wie gar nicht benutzt. Und stattdessen, dass es gebufft wird oder ein bisschen abgeändert wird, wird es entfernt. Mhm. Wir entfernen Content aus Path of Exile. In diesem Fall unique Juwelen. Und ihr habt es sicher befürchtet, es wird nicht nur ein Juwel dran glauben müssen, aber das sehen wir jetzt gleich. Wir wissen leider noch nicht, welche genau alle dran glauben, aber es werden sicher einige unique Juwelen verloren gehen, die vorher da waren. Solution. We are making it so that every unique Juwel that drops is very rare and highly desirable. Ihr seht schon der erste problematische Satz in der Lösung von Grinding Gear für dein Problem, das sie gerade selbst geschaffen haben. Wir machen jedes unique Juwel seltener und damit ein Chase-Item. Geil. Noch mehr Chase. This means that many existing unique Juwels have been removed from the Drop Pool. Also es wurden halt wirklich viele unique Juwelen entfernt. Warum auch immer. Wo war das Problem? Haben die euch irgendwie die Knarre an den Kopf gehalten, die Juwelen? Ich weiß es nicht. The intention is that now when you find a unique Juwel, it should almost always be a very positive experience. Wenn ihr ein Chase-Juwel drin lasst und es kann auch noch das eine droppen, ist es klar ein gutes Gefühl. Weil halt nicht mehr so viel Müll droppt. Aber es droppt halt weniger. Du hast halt weniger das Gefühl... Oh shit, da ist gerade wieder die passende Base getroppt als unique und... Keine Ahnung. Das gehört doch auch irgendwo zum Gefühl dazu, dass man ein bisschen schockiert ist. Oh shit, da sind gerade drei Juwelen getroppt vom Unnatural Instinct von der Base. Könnte es das Richtige sein? Nee, stattdessen weißt du jetzt... Oh, es ist es. Kein Nervenkitzel mehr beim drüberhavern. To help make Juwets drop special, we've designed a new set of unique Juwets that are powerful Chase-Items. These can drop from the core pool. You can learn more about these Juwets in a upcoming announcement livestream for the 3.20 Expansion. Also wir bekommen neue Juwelen natürlich. Die auch neue Chase-Items sein sollen. Und sehr stark sein sollen. Das erfahren wir natürlich erst im Livestream. With that said, there were some unique Juwets that were still useful for a subset of players because they had built enabling modifiers or other very niche uses. Like the brute force solution or other attribute transformation Juwets. Das wird jetzt wichtig für alle Strength Dex Stacker hier. Instead of getting rid of these, we've made them corruption only to unique Juwets. Ihr seht's hier schon. Attribute transformation Juwets. Wer schon mal einen Stacker gespielt hat, weiß, er braucht eine bestimmte Corruption. Oder er muss ja irgendwie nochmal die weinen, um halt die richtigen Sachen rauszubekommen. Stattdessen sind die jetzt Corruption Only. Yep. Und wir verkaufen euch das natürlich wieder als Buff. We feel this is benefits for both players. Ja, wir glauben, das hat Vorteile für alle Spieler. Also für die beiden Gruppen, die sie gerade angesprochen haben. Wir verändern Build Enabling, True Realm Modifiers und so weiter. Bla 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 bla. Grinding Gear, warum? Warum macht ihr Probleme, wo keine sind? Das hört sich alles beim ersten Mal durchlesen super duper an, aber es ist halt wieder typisches Grinding Gear Gesammel, wo sich gut anhört. Und in Wirklichkeit ist ein Nerf dahinter. So, und dieser Satz hier ist auch nochmal wichtig. As general players who don't want them won't come across them as core drops and players who do want them can still actively pursue them. Ja, es ist halt jetzt problematisch, wenn die Teile nur noch Corruption Only sind, ne? Wie kommt ihr da dran? Ein paar Wahl-Tempel laufen? Hunderte? 200 vielleicht? Ich weiß es nicht. Es ist jetzt auf jeden Fall deutlich schwerer, einen Attribute-Stacker zu spielen. Fraglich. Grinding Gear, wem helft ihr damit? Some Build-Enabling Unique Jewels can now be found from more deterministic sources throughout Path of Exile. One example is Combat Focus, which can now be obtained through a Vendor Receipt. Ja, warum konnte man das nicht als Quest-Belohnung lassen? Also es gibt jetzt mehrere Jewelen, die über Vendor-Rezepte erhältlich sind. Combat Focus zum Beispiel. Weiß ich. War das vorher ein Problem? Eher nicht, oder? Some other Build-Enabling Jewels that affect Golems can no longer drop, but can be found from another more deterministic source. Why we want you to discover this new source on your own during gameplay, we will say, for clarity, that these Jewels do not come from when the receives. Wie ihr hier seht, Golem-Builds werden jetzt natürlich schwerer zu spielen. Es ist halt die Frage, was sind das für deterministic sources? Ich gehe davon aus, es wird neue Divination Cards geben, die wahrscheinlich wieder extrem selten sind. Also jeder, der Golems spielt, herzlichen Glückwunsch. Ihr spielt jetzt einen Build, der deutlich schwerer wird am Anfang. Weil er halt einfach nicht hier available ist zum Leakstart. Zusammenfassung. All gold ist that finding a unique Jewel is an exciting experience. The unique Jewels that drop naturally should be those that are very valuable with broad appeal to the average player, either to use in your own build or trade to someone else. We've worked towards this goal by removing uninteresting unique Jewels, adding more chase unique Jewels and moving Jewels that do appeal to a smaller subset of players to other places so that they can be pursued by choice. Also sie wollen, dass unique Jewels zu finden eine aufregende Erfahrung wird. Ich weiß nicht, wo das so aufregend ist. Also sie wollen damit den durchschnittlichen Spieler ansprechen. Die durchschnittliche Spieler kommen nicht über Akt 1 hinaus, wenn man eure Statistiken anschaut. Wie wollt ihr dem damit appealen? Weil jetzt mal genug Spaß mit Statistiken. Die meisten kommen nicht über den Strand hinaus. Und das Fragwürdige ist halt, anstatt dass sie hier irgendwie was überarbeiten, buffen oder verändern, stattdessen wird es entfernt. Weiß ich, haltet ihr das für eine gute Änderung? Könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, ob das eine gute Idee ist. Ich hätte es irgendwie interessanter gefunden, wenn man die alten Juwelen irgendwie abändert. Ist ja nur so eine Idee, Grinding Gear, anstatt alles zu entfernen, damit der Lootpool kleiner wird. Und dass halt jetzt zusätzliche Chase-Items einbauen, die wieder sehr, sehr selten sein werden. Und dass halt jetzt die, ähm, Juwelen, die für bestimmte Builds gebraucht werden, sagen wir jetzt mal, das sind die Golem-Teile, musst du halt jetzt über einen anderen Weg fahren. Was das für ein Weg ist? Höchstwahrscheinlich Divination Cards? Oder es gibt was Neues in den Mechaniken in der nächsten League? Wer weiß. Ich bin hier ein bisschen zwiegespalten, ich finde das gar nicht gut. Und jetzt kommen wir zum nächsten Problem, das Grinding Gear sieht, wo nicht vorhanden ist. Many of the unique Juwets that are currently granted through Quest Rewards are not very desirable. Wer hätte gedacht? Quest-Belohnungen sind nicht desirable. Also das, was wir über Quests bekommen, ist nicht so geil. Ja, das ist schon immer so gewesen. Additionally, because they are offered to all players who make their way through the campaign. They are extremely common, which inhibits them from having value or being meaningful items to find. We have also come to feel that it's thematically incorrect to offer unique items as Quest Rewards, as it undermines the feeling of uniqueness and prestige. Ja, ihr könnt euch schon denken, was passiert. Grinding Gear mag die Unique Juwets von den Quest Rewards nicht. Ich weiß, die sind allgemein nicht so toll, wenn wir mal ehrlich sind. Wir haben hier oben schon gesehen, was macht Grinding Gear, wenn was nicht passt? Es wird entfernt. Und richtig? Es wird entfernt. Und die Lösung des Problems, das Grinding hier geschaffen hat, Unique Juwets will no longer be offered as Quest Rewards. Wow. Wir entfernen wieder Sachen. Most of the Juwets that were previously offered have been removed entirely. Also die meisten davon sind komplett entfernt worden. Und einige wichtige sind halt jetzt drin geblieben und sind halt wieder im Blutpool. Oder sind halt auch die neuen Unique Items übertragen worden. Oder sind halt jetzt irgendwo anders in den Modifier zu finden. Was ich sehr interessant finde, diesen letzten Satz hier. By being added to the pool of rollable Jewel Modifiers. Werden hier noch mehr Modifier in den Jewel Pool geworfen, damit es noch schwieriger wird, bestimmte Juwelen zu craften oder zu bekommen, die man für sein Bild braucht. Vielleicht. Ich kann mich täuschen, ich glaub's aber nicht. These Quest Rewards now offer a random rare Jewel. Respekt, Grinding Gear. Quest Rewards fühlen sich kacke an, nach euren Worten. Und jetzt gebt ihr uns noch mehr Müll. Habt ihr schon mal von den rare Jewelts, die ihr beim Questen bekommen habt, irgendwas Gutes bekommen? Ich kann mich irgendwie nicht dran erinnern, das war bis jetzt immer irgendein Mist. Was halt komplett random ist. Because the Rewards are not static like the unique Jewels were, they may have a better chance of being useful to the receiver, or something that may be valuable to trade to others. At the very least, they should be less predictable. Ich habe noch nie beim Questen ein Juwel bekommen, das ich handeln konnte, verkaufen konnte oder sonst was. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass man beim Questen direkt ein gutes Rare Jewel bekommt. Das ist halt einfach Bullshit, Grinding Gear. Und sehr unwahrscheinlich, es kann natürlich passieren. Zusammenfassung. Und das ist der Grund, warum ich immer die englische Version vorlese. Weil solche Wörter entgehen dir im Deutschen, weil die Sätze anderes geschrieben sind. Weil man sich direkt denkt, ich kann hier kein Burden oder Last reinschreiben. Das ist doch keine Last für den Spieler. Uns wird hier also gesagt, es ist eine Last für uns, wenn wir vorgegebene Quest-Rewards haben. Deswegen nehmen wir sie raus, damit wir die Last nicht mehr haben. Fragwürdiges Wording in meinen Augen. Grinding Gear, warum seht ihr uns als Konsument, als Feind? Ich bin mir hier gerade nicht so sicher. Das ist schon interessant, dieses Wording. Das findet man irgendwie in jedem Community-Post von Grinding Gear irgendwie so einen Satz mit Oh, das ist eine Last für den Spieler. Ihr solltet vielleicht mal intern ein bisschen reden, wer diese Manifestos hier schreibt. Das lässt sehr viel Spielraum offen. Von eurer Ansicht des Games, dass es eine Last ist. Oh Mann. So, jetzt das Endwort. Jewels should be more exciting than before and provide a better source of ailment mitigation than they were. Jewels with effects that are useful only to a subset of players should still be attainable while moving them out of the way of players who aren't interested in them. You can find out more information and bla bla bla. Ja, Announcement, Livestream vom Announcement, bla bla bla. Bleibt mehr fern mit eurem Livestream. As we mentioned, we have several other Balance Manifestos coming out. These will cover topics such as Curses, Agnameses and Eldritch Alters among other things. Sehr, sehr fragwürdig, Grinding Gear, dass ihr schon hiermit anfangt, Nerfs reinzudrücken und Probleme zu schaffen, wo keine Probleme waren. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Juwelen für irgendjemanden ein Riesenproblem waren. Es war halt einfach eine Mechanik, die man mitgenommen hat. Oder die man braucht für seine Bits. Ich habe mir ernsthaft beim ersten Mal durchlesen gedacht, das hört sich alles ganz gut an. Aber es wäre nicht Grinding Gear, wenn sie nicht wieder hinter den Zeilen was versteckt hätten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier ist der Anfang von vielen weiteren Nerfs. Ich gehe davon aus, dass hier so viel Gewicht auf die Alement Mitigation gesetzt wird, dass das Ganze irgendwo runtergenommen wird. Sagen wir, eine bestimmte Aura, die Immunity gibt, wird entfernt oder angepasst, dass es halt nicht mehr 100% gibt. Dass wir über Juwelen die restlichen Prozent reinholen müssen. Oder dass halt bestimmte Modifier von Items runtergehauen werden. Kann auch alles ganz gut sein. Kann ich mir alles sehr gut vorstellen bei Grinding Gear. Oder es wird halt komplett entfernt. Den Ansatz sehen wir hier schon bei den Unique Jewels. Ich bin ein bisschen skeptisch mit dem Ganzen. Das ist in meinen Augen der falsche Weg, Grinding Gear. Warum schafft ihr mehr Probleme, wo keine waren? Ihr hättet doch die Unique Jewels einfach anpassen können. Was ich mich auch frage, es wurden uns ja Unique Items angekündigt, die geändert werden. Werden wir von denen was sehen oder werden wir von denen nichts sehen? Ich bin mir nicht so sicher. Ist das wie mit, wir werden alle Akte reworken und hören danach Akt 1 auf, weil... Nö. Bindet zu viel Zeit. Aber schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare rein, was ihr von dem Ganzen hier haltet. Ich sehe das eher als Nerf an als als Buff. Und es wird jetzt deutlich schwerer, zum Beispiel eine Corrupted Blood Immunity zu bekommen. Gehe ich davon aus. Es wird deutlich schwerer als Decks, Strength, Stacker oder was auch immer zu überleben. Sehr, sehr fragwürdig, was Grinding Gear hier macht. Aber wir werden natürlich jetzt auf dem Laufenden bleiben, was mit den nächsten Manifestos passiert. Und sobald Grinding Gear jetzt wieder liefert, werde ich auch liefern. Weil dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Habt noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Manifesto von Grinding Gear, das wahrscheinlich als Buff verkauft wird und stattdessen in Wirklichkeit wieder ein Nerf ist. Ihr wisst's. Macht's gut. Ciao. Ciao.